Ich glaube, ich muss da was dazwischen tun. Aber das ist jetzt schon eine Skizzenarbeit im Buch. Und das, was da ist, das ist dann der Extrakt davon. Und hier habe ich dann die Sachen, die dann da, wie sagt man, Wirklichkeit wurden. Das ist dann auch hier Text von ihr.